Progress Packaging. The innovative Packaging Company. Die ganze Welt der Verpackung. Ob Standard- oder Extra-Verpackungslösungen oder jeglicher Service rund um die Verpackung. Wir haben die richtige Antwort. Was zeichnet uns besonders aus? Rationelle, intelligente, Standard-Versand-Verpackungen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Für E-Commerce, für Promotion oder für industriellen Versand. Unser Verpackungsfüllstoff Progress Fill Sucht in der Verpackungswelt seinesgleichen. 100% Recyclingpapier, FSC-zertifiziert. Wir machen aus 10 Liter Recyclingpapier 400 Liter Verpackungsfüllstoff. Wir entwickeln täglich für unsere Kunden innovative Extra-Verpackungslösungen. Für E-Commerce, POS-Verpackungen, POS-Displays, Promotion-Verpackungen und vieles mehr. Was sie wollen. Unser Angebot ist das höchstmögliche Service Level rund um Verpackungen und deren Füllstoffe. Inklusive Engineering. Und das begeistert unsere Kunden. Seit März diesen Jahres sind wir ISTA-Member. Ökologie und Umwelt standen bei uns seit der ersten Stunde an im Vordergrund. Seit 2012 produzieren wir nach FSC-Standard. Deshalb fertigen wir unsere ökologisch sinnvollen Produkte ausschließlich aus meist nachwachsenden, recyclingfähigen Werkstoffen. Tja, und somit übernehmen wir Verantwortung für die Welt von morgen. Unsere Fertigungsstandorte in Deutschland ermöglichen eine kundennahe Belieferung mit maximaler Ausfallsicherheit. Ökologisch und nachhaltig. Und eine Kundenzufriedenheitsgarantie gibt es natürlich nicht ohne motivierte Mitarbeiter. Motivation, Qualifikation und Kundenorientierung. Das sind die Eckpfeiler unseres Erfolgs. Und das stellt unser Team jeden Tag aufs Neue unter Beweis. Überzeugen Sie sich selbst. Progress Packaging. The innovative Packaging Company. 100% Qualität. Made in Germany.